Hallo meine Kollegen hier, das wird mein erstes Tutorial und ja, ich weiß, es ist scheiß Auflösung, bla bla bla, ich fühl mir dabei noch vom Handy, weil das ja, wie gesagt, mein erstes Tutorial ist, und ja, mal sehen, was da was wird, wenn ich ein paar Likes bekomme und ein paar Abonnenten, dann werde ich mir gleich mal einen Videocamper kaufen. Fangen wir an, mein PSN Name ist Gary Lighty, wenn ihr mich anfreunden wollt und ja, könnt ihr gerne mal mit meinen Spielspielen, auch MVK und so, ja, mal sehen, was da was wird. Ich zeige euch heute mein Game Land, sagen wir mal, es sind lauter kleine Minigames drauf und ja, schauen was wird. So, wir sind jetzt hier in meinem Game Land hier. Ich habe sie genannt, Game Area 88, made by Gary, unterstrich, leite, das bin ich und no name, unterstrich, unterstrich, ist ein Freund, have fun. Ja, da oben hätten wir mal ganz toll, Bad Wars, was vielleicht auch viele Leute kennen, ist irgendwie witzig, ihr könnt euch mit Namen freunden und dann können wir spielen, spiele das sehr oft auf meiner Map. Da drin habe ich Cops and Robots, was auch sicher bekannt ist von DNR umgespielt. Das ist PvP, da ist noch verbesserungsdürftig, aber das werde ich bald machen. Das Spiel nennt sich Schneeschaufel, man hat da im Inventar jeweils eine Schneeschaufel und man muss versuchen, es sind jetzt vier Spieler, muss man sich vorstellen, in die Ecke zu stellen und unter jedem einzelnen Spieler den Schnee so weghauen, dass ihnen die Lager fehlt. Es ist ein ziemlich witziger Spiel, schon oft mit Freunden gespielt, ja. Den altbekannten TNT Run-Blog, sag ich mal, so nenne ich den immer. Wer hat auch sehr gerne bei ihnen auf der Map gespielt, es sind jetzt ein paar Leute oben und eine ist unten, natürlich kommen die Online-IDs weg und zündet die TNTs alle an. Und man muss schauen, dass man ausweicht, wo er anzündet. Ist auch ein wenig ein Glücksspiel, wo er anzündet und so, aber ich finde es ist ziemlich witzig. Jetzt kommen bald noch mehr Minigames und dann werde ich, mein nächstes Video wird wahrscheinlich sein, 10 krasse, aber wirklich geile Fallen. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.